Das heißt schon mal, wir haben Gareth wieder getroffen. Ich finde es geil, wie James einfach wusste, was das ist. Obwohl es, glaube ich, das erste Mal ist, dass wir eine Heuschrecke in diesem Spiel sehen. Wie klein, die ich gar nicht gewohnt bin, weil... Das Ding ist... Hallo! Ist jetzt mal gut? Ich meine jedenfalls, dass die Heuschrecken kommen nicht im Multiplayer vor. Das spiele ich halt überwiegend, wenn ich Mass Effect spiele. Stummgewehrmagazin-Upgrade. Ja, das braucht man auch mit dem Harrier. Das sind turianische Husks. Das ist praktisch das Gegenstück dazu. Ich denke, wir sind fertig. Na ja, dann können wir ja schon wieder zurückgehen. Er redet zum Glück gar nicht. Nice! Okay, come on, who's next? Extrem einfach. Aber es ist extrem nice, wenn nach einem Treffer so ein Husk einfach so zerfetzt wird. Ja, auch eine geile Übersetzung, aber das ist halt das Ding mit Wortspielen. Das ist schon fast Verständung. Ich bin... Ja. Du bist cool. Ich bin aus. Das ist ja auch hier. Das ist das Ding. Und das ist ja auch hier. Das ist ja auch. Aber eigentlich ist das Ding. Und das ist ja auch hier. seid das war einfach kodex aktualisiert wo ist denn das rohling danke ok hier echt toll gemacht Die große. Das ist wo ich war. Das ist schwer. Du hast noch eine Familie da? Mein Vater. Eine Freundin. Wie schlecht ist es? 3 Millionen verloren den ersten Tag. 5 in der zweiten. Wie ist dein Militär? Schau mal. Das sollte dir eine Idee geben. Du hast eine gute Kampf gemacht. Für jetzt. Aber wie lange dauert es, bevor die Kampf getrennt? Wenn sie nur hörten zu deinen Warnungen über die Rehabilitationen. Wir haben vielleicht bereit. Vielleicht. Es ist schwer zu figuren, wie du dich für etwas wie das vorbereitet. Ach komm schon. Schau mal. 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 Ach, der hat direkt eine Kriegszone hier. Ach, und jetzt kommen die auch noch. Wo wart ihr denn den ganzen Rest der Zeit? Wovon ich merke. Ach doch, die Barriere war an. Nein, ich kann die drüber nicht packen. Ich sollte mich mal glücklich schätzen, dass diese Meteore nicht instant killed sind. Okay. 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 Wieso Untertitel fügen aber auch einfach Sachen hinzu oder lassen Sachen weg, wie es ihnen passt. Was ich aber noch viel geiler finde, ist, wie Shepard einfach dem Primark Fedorian einfach ins Gesicht sagt, wenn nicht Fedorian Evictus, einfach ins Gesicht sagt, dass es auf der Erde doppelt so schlimm war. Und selbst wenn er sich auf Menal bezogen hat und nicht Palavin, finde ich das ziemlich unsensibel. Commander, hast du den Primark für deinen Summit getroffen? Ja, Herr. Aber die Asari stehen auf den Seiten. Sie werden das nicht verletzt. Die Zeit für Unity ist jetzt. Die Salarians werden da, aber. Du bist nicht sehr optimistisch. Wir denken, dass die Krogan werden uns auch befreundet werden. Ich verstehe. Dann hast du deine Hände voll, Commander. Was da noch etwas anderes du brauchst? Hast du eine Analyse der Prothean-Divise verändert? Hast du eine Analyse der Prothean-Divise verletzt? Die Art scheint zu sein, aber es ist eine Analyse derartige Analyse. Eine große Analyse. Über das, wir wirklich nicht sagen können, außer es wird ein helles Ding zu versuchen, zu bauen. Und du denkst, dass es riskiert, eine Analyse zu bauen, wenn wir überhaupt nicht wissen, was es macht? Das ist eine Analyse. Du kannst schnell verabschieden, schaue ein Target, und schaue, bevor der Krieg hat Zeit, um zu reagieren. Das ist ein Vorteil, aber kann er gewinnen eine Krieg? Das ist das größere Prinzip, das wichtig ist. Wir werden niemals die Reapers in einem voll-frontal-assault, Shepard. Die Krieg gegen Sovereign drei Jahre lang hat alles, was wir hatten. Und das war nur ein Reaper. Ich habe nicht vergessen. Also, ich finde ihre Softspots, schaffe ich sie, wo sie stark sind, und schaffe ich sie, wo sie nicht sind. Und wenn ich die Gefahr in der Armour finde, werde ich sie mit jedem Soldaten, Schiff und Schiff, und Schiff, das wir haben. Nichts mehr, Sir. Ich habe mich auf die Poste. Ich habe es ausgedrückt. Okay. Commander, danke für mich für die Verwendung des Schiffen, und für weitergehen mit diesem Plan. Gareth hat gesagt, er musste an den Normandys Weapon-Systemen, was für die Kalibration. Es klingt wie Geras. Ich bin sorry zu sagen, dass die Asari-Counselor uns nicht befreundet wird. Sie denken, dass es zu viel schlechtes Blut mit den Krogan ist. Sie vielleicht richtig ist. Aber es wird viel mehr Blut, real Blut, wenn wir nicht versuchen. Wenn du es so sagen willst. Je mehr wir diesen Summit haben, je mehr wir wissen. Ist es noch etwas anderes, ich kann dir helfen? Wie ist es, die Primark zu sein? Nicht das, was ich erwähnt. Die Todesmacht auf Palavan passiert. Und ich bin ein Jahrhundert, liege die Verkaufnahmen in den Millionen. Wenn ich sterbe, ich will mit meinen Männern sein, damit wir uns mit der Last Soul kämpfen. Ich verstehe. Die Erde, um es zu retten. Es ist eine der schwersten Dinge, die ich noch getan habe. Ich bin nicht überrascht. Geras spricht über dich. Du hast nie gefragt, wie ein Liedler sein. Doch deine Leute werden sterben, wenn du es zu retten. Wir finden uns in ähnlichen Umständen. Wir hoffen, dass die Geister uns die Kraft geben, um es durchzuschauen. Wie sieht es auf Palavan aus? Wie sind die Dinge auf Palavan? Die Kasselte-Reporten sind riesig. Die Reapers benutzen unsere eigenen Taktiken gegen uns. Sie zerstören den Krieg mit der Kraft. Ich habe das gleiche an der Erde gesehen. Der Strategist in mir admires ihre Brutalität. Der Turian in mir weiß, dass ich die Destruktion der 15,000 Jahre von Zivilisation. Meine Zivilisation. Ich verstehe, dass dies eine schwierige Zeit für dich, Primark. Aber die Erde kann nicht überleben, ohne Reinforzungen. Kann ich noch auf deine Hilfe antworten? Wenn die Krogan uns auf Palavan hilft, dann gebe ich dir meine Worte. Danke, Primark. Meine Gedanken sind mit Palavan. Und meine mit der Erde. Okay, was haben wir alles bekommen? Eden-Prime-Unterstützung. Ah, okay. Ich habe doch alles gefunden. Ich war mir schon vorhin nicht sicher, ob sie das Gerät überhaupt schon als Tegel oder Crucible bezeichnet haben. Deshalb dachte ich mir dann kurz, ich hätte vielleicht etwas gespoilert, aber es ist ja auch schon hier zu sehen. Also, ich meine eigentlich, ich weiß nicht, ob dabei davon ausgegangen ist, dass man schon so früh nach Kriegsaktivpfosten scannt, aber es ist halt so. Ja, ich verstehe, ihr wollt alles, dass ich auf Deck 3 gehe. Ja, ich verstehe. Joker, was ist das? Fire extinguisher, Commander. Es könnte ein elektrisch firen oder so. Ich gehe in. E.D. Talk to me.